Kämpfen wir gemeinsam umso härter. Ich möchte dafür werben, dass wir uns weiter etwas zumuten. Ich möchte dafür werben, dass wir eine Partei der Zumutung bleiben. Egal wie sehr sie schreiben, wir sind zerrissen. Und diese Zumutung kostet Mut. Aber warum bin ich davon überzeugt, dass uns etwas zuzumuten besser ist als alles andere? Weil wenn wir uns dieser Zerrissenheit nicht gestellt hätten, nicht weiter jetzt im Trilog stellen, dann füllen diese Lücken andere. Und die brauchen keinen Mut. Die brauchen auch keine Zumutung. Weil die sind dogmatisch. Die sind dogmatisch. Wenn wir uns als Bündnis 90 die Grünen nicht dieser Zumutung stellen, dann werden andere Entscheidungen fällen. Dann hätten die Feinde Europas und Menschenrechte, Feinde der Menschenrechte gewonnen. Oder hier, diesmal schlage ich dir in die Fresse, da kannst du dich drauf verlassen. Duh. Duh? Ich drohe ihm körperlich. Da komme ich ja rüber wie ein Wahnsinniger, wie ein verrückter Idiot. Ich meine, einsperren müsste man mich ja. Dann kommt man Licht particul 옮π 실 propon. Dann kommt er noch mit Butter. Dann kommt er auch auf einen Wald.